Geht das schon los, ne? Ja, ja. Ich bin schon mitten dabei. Ach, ihr seid schon mitten dabei. Paula sagt wieder keinen Ton. Das ist nicht gut. Kann doch nicht sein. Wer hat mich gerecht? Ich? Ach Gott, ich muss mich erst mit der Steuerung hier. Boah, wisst ihr, was das Schlimme ist? Ich habe neulich tatsächlich mit meiner Kleine ein Gesellschaftsspiel gemacht. Das Schlimme ist, dass es ohne WASD-Tasten. Ui. Das war total die Umstellung. Ich nehme es gar nicht auf die Spiele klar, die ich so spiele. Gibt es doch gar nicht. Aber steht ihr alle rum bloß? Nö. Ja, ich habe es gemerkt. War gerade eigentlich hinter dir. Du warst hinter mir? Titt! Aber der Titt stand rum. Das war für die Nummer, was ich von Pitcairn habe. Von wegen mit Baby abschießen und so. Scheiße, wie wechsle ich wieder aufs Messer? Wie war denn das? Boah, da gibt es, da gibt es sogar eine First Person. Wer läuft denn da mit dem Messer? Ich weiß ja, wer da hinten ist. Ich kann mich nicht drehen. So cool. Die eine Box läuft vorbei. Die hinteren mit dem Messer. Ey, das kann doch nicht sein. Wie oft soll ich denn noch mit dem Messer auf Schnitzel einstechen? Wo ist er denn? Boah, nein! Hilfe. Kann ja sein, dass du wieder vergessen hast, die Aufkleber draufzumachen. Ah, jetzt bin ich bei dem scheiß Kreuz hergezogen. Ich krieg keinen Aufkleber. Ein Neustaggleich. Die Aufkleber, wenn man zu lange stehen bleibt, oder was? Ja, genau. Oh nein, verdammt. Hier habe ich die Macht. Oh, meinst du auch, dass du? Fuck. Wie geil. Boah. Ah, nein, verdammt. Arsch. Ah, nee, du bist kein Arsch. Ja, schön, du. Wirklich keiner mehr, oder was? Doch. Ähm, Chris kommt gleich. Ja, ja. Er hat sich bewegt. Ja, ja. Nein, ich habe es noch gesehen. Ich wollte doch ums Eck rum. Mäh. Was? Bleibt gleich die Stimme. Mäh. Ich gehe nie mehr da rein. Nein, da erwischt mich immer der Peter. Verdammt. Oh yeah. Oh yeah. Aber ich habe neun abgeschossen und bin neun mal gestorben. Oh ja, ausgeglichen. Äh, Schützel, sogar Odin ist besser wie du. Der ist sogar später dazugekommen, ne? Das ist ne Bar. Der stand schon auf der Liste, als ich rein bin. So, ich habe nochmal neu aufgemacht. Was? Seid ihr alle raus raus? Ja, jetzt ist es drauf mit Aufkleber. Also, es heißt nochmal, quit to menu. Was heißt Aufkleber? Wenn du dich nicht bewegst, kommen dir Aufkleber auf die Kiste, die dich enttarnen. Enttarnet. Paula? Ja? Du weißt, was dir blüht, ne? Ja. So ein Arsch. Könnt auch gerne TTT spielen. Ne, lass mal. Wir spielen lieber Worte Box, da kannst du wenigstens meine Leiche nicht schinden. Ah, schade. Siehste, das wollte ich nämlich mal machen. Ich warte, ich wollte schon die ganze Woche. Ich war schon kurz davor, mir einen eigenen Server zu holen. Ernsthaft? Ernsthaft? Ich habe doch voll auf dir geschossen. Oh, ich kann gar nicht lachen. Ja, Paula, nicht getroffen. Ich schnapp's dir Sachen. Ja. Ey, das kann doch nicht sein. Das gibt's doch nicht. Nein. Oh, nee, ne? Ich kann auch nicht sein. Sag mal, Paula, du chillest doch. Haben die Farben eigentlich irgendwas Bestimmtes zu bedeuten, oder? Welche Farben? Ich habe oben gelb und blau angezeigt. Düde, du solltest dich nicht so viel bewegen. Genau, schon dazu. Hätte ich auch gesagt. Hätte ich auch gesagt. Moment. Ich bin ja rumgelaufen. Tüte stand ja nur so als Karton auf. Ich werde die Schnitzels gleich hier nicht mehr missbrauchen, sondern nur noch Paulas. Also müssen wir dann gleich doch noch eine Runde TTT spielen. Bist du, du weißt, worauf ich sie denn ausläuft, ne? Yeah. Na. Du brauchst aber bestimmt bald neue Folgen geschnitzt. Naja, ich habe jetzt, stimmt, TTT-Folgen habe ich nix mal allzu viele. Ja, siehste. Soll ich mir Mario anschreiben? Mann. Ah, bis ich wieder gewechselt habe, war ja aufs Messer, ne? War es zu spät. Fuck. Das Schlimme ist, bei dem Spiel, das habe ich beim letzten Mal schon gemerkt, bis ich so weit bin, dass ich klar bin, bis ich klar bin, ne? Und da richtig drin bin, hören wir wieder auf. Ja, genauso wie bei Reds. Meistens so, ja. Und jetzt abhauen wollen, ist klar, Paola, ist klar. Nein, eigentlich nicht. Ich habe es gerade noch im letzten Moment gesehen, dass du ihn nicht mehr bist. So ein Pfeif. Ach, du Schande. Mann! Hey, jetzt habe ich zweimal Q gedrückt. Mist. Oli. Ja? Die Liste wird länger, ne? Mit dem Missbrauch und der Leichen in TTT. Los. Oah, wo kommst du jetzt her? Hörst du die ganze... Scheiße! Äh, der Kaiser will dann auch mal mitmachen bei TTT. Ah ja, das hast du schon, ähm, das hat Pichon gesagt, ja. Äh, kennt Kaiser. Ja, du hast mal gesagt, dass du eben Tüte es erwähnt hast. Mayo, ja. Mayo war der von dir, ja. Von Spielekreise, oder hast du mir das geschrieben, Tüte? Das kann natürlich auch sein. Kann auch sein, dass ich da geschrieben habe. Ah! Ja. Den ruf ich dann einfach nur an. Jetzt macht er gerade Urlaub, ne? Wo wohlt er hin? Wer macht Urlaub? Ja, Flo. Nee, der ist schon wieder da. Der ist schon wieder da, so. Er ist schon wieder da. Ah! Paula? Ja? Was meinst du, mit wem ich Freitag gepokert habe? Ah! Ach so! Ja! Ah! Aber ich halte mich gut. 4-4 bitte. Ich hab 17. 10-10. Der hat den Soundtrack genauso geil. Oh, so, so. Schon wieder? Oh, jetzt sagt die Lucy gar nichts mehr. Hm? Ich hör euch gespannt zu. Also. Max muss ich jetzt nur noch Reds holen. Alter! Ich dachte, ich misch mich einfach nicht ein. Also, wenn du ein lustiges Spiel suchst für wenig Geld. What's the Box. What's the Box heißt das Ganze. So wird zwischendurch immer wieder mal... Ich finde, es ist auch eigentlich, wenn du einen Stream-Abend machen willst, zum Beispiel, ne? Wo du einfach sagst, gut... Ja, entweder Community oder allgemein. Du sagst, komm, lass uns wegen Querbeet zocken. Ich sag' ich so, What's the Box, TDT, Reds. Das sind eigentlich die idealen Spiele dafür. Ich hab dich gesehen. Mann, 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 Mann. Ah, dat kann ja nicht wahr sein. Ring den P2 anfassen. Ring den P2 anfassen. Ja. Jeder darf mich anfassen. Besonders Tüte. Weiß. Aber auch nur, weil du meine Typen gesehen hast. Ach ja. Weißt du eigentlich, dass du mir ständig Herzchen schickst und so? Ja, dat weiß ich. Ah, okay. Du, für einen Dreier bin ich nicht zu haben. Ich auch nicht. Du sagst doch, ob er für einen Dreier ist nichts zu haben. Aha, aha. Aber für mich doch alleine. Nein, auch nicht. Verheiratet. Doch, doch, doch. Das sind zweideutige Anmerkungen. Doch, doch, doch. Das lustige ist, Pits Frau hört die ganze Zeit zu. Ich würde ja gerne mal eine Stellungnahme von ihr kriegen. Stellungnahme sollst du abgeben. Schüttelt wahrscheinlich nur mit dem Kopf. Was? Verdammt, ich bin auf... Oh, zwei Jede Thiel, weil ich kriege. Ich sag nichts dazu. Ach so. Ist manchmal auch besser. Wenn man nix sagt zu irgendwas. Mach ich auch so. Ah, ah, ah. Bäh. Ah. Das ist sogar einer. Ah. Nein, doch. Oh. Genau. Ja, bei TTT wäre dann die ganze Zeit nur eine Lügerei. Das heißt eine Lügerei. Ich habe nie abgestritten, dass ich Trader bin. Mich hat aber auch nie jemand gefragt. Also nächstes Mal fragen wir ganz direkt. Du kannst dich einfach von hinten anschleichen, Max. Warum nicht? Odin ist on fire. Nee. Wird Zeit, Odin zu löschen. Paula ist on fire. Ja, dann wird Zeit, Paula zu löschen. Zu löschen gleich. Natürlich. Pan. Odin ist tot. Jetzt musste ich das auch echt noch im Shop eingeben, ne? An saft. Ja, die hat das ja nicht frei, dass man auf seine Spiele gucken kann, überhaupt was bei ihm sehen kann. Achso, ich hatte jetzt Tüte gemeint in dem Moment. Paula ist einfach auf dem Regal rumsteht. Ach Quatsch, ich stehe doch nicht auf dem Regal. Befolge Paula. Mit einem sicheren Abstand. Ey, Paula, du regst mich gerade so auf. Ja, ja. Ja, ja. Pum, 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 pum. Oh. 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 Ich glaube, dir kannst du auch nicht der Paula her. Weil das Schöne ist, du siehst sie ja so schön, ne? Leuchtet. Oh, Paula. Nein. Ah. Ah, Stützel, ich möchte nicht nerven oder drängen, aber hast du schon den Server gewechselt, gechanged? Das ist immer schwierig, du, mit dem Spiel. Nein, nein, alles gut. Dann setzt du die nächste Runde aus. Ich darf nicht mal mehr mitspielen. Und habe wenigstens Opfer. Ich gebe dir gleich Opfer. Bei TTT bist du der Held, weil du viele Karten kennst, aber hier. Unser Revier. Genau. Ah, ist mir wurscht. Bei TTT ist halt immer ein bisschen anders, weil bei TTT ist halt wirklich so, wenn die Runde rum ist und du bist tot, dann musst du halt warten. Und bei dem Spiel ist halt so, du hast dann immer wieder einen Respawn. Es ist halt rundenbasiert, was die Punkte dann betrifft. Das ist halt, ja, das ist etwas Interessanter, sagen wir mal. Du musst halt warten, bis die Runde vorbei ist. Na? Das kann doch jetzt nicht sein, oder? Ich habe es nicht gehört. Ich bin gerade respawnt. Schon wieder. Oh. Das heißt hier schon wieder. Also, Schnitzel, du solltest wirklich nicht so überwechseln. Ne, heute läuft nicht, also gar nicht. Gut, ich war beim letzten Mal auch nicht viel besser, aber. Haben wir immer die gleiche, oder ist das wieder eine andere? Dann ist wieder eine andere. Nein. Wenn ich es geschnallt habe, war es zu spät. Man. Oh Mann. Pet, diese kleine dumme Sau. Diese kleine dumme Sau sagt er zu mir. Aber ich darf zu anderen nichts Böses sagen. Also, ich glaube, das ist ja... Ist ja drei schon. Du hast ja schon vier Kills. Hori du. Auch nichts. Nein, ey, das... Nein, Paula ist schon wieder. Danke, Paula. Er darf nicht zucker am Arsch, oder was? Ich hoffe es doch. Frikadellen. Was? Moin, Chris. Frikadellen. Ich habe Hunger. Hey, Chris. Moin. Hallo. Nein. Na, 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 na. Ich höre euch immer nur, ich sehe euch nicht. Das ist dein Problem. Fuck. Liegt am Alter, liegt am Alter. Du bist jünger als ich, hallo? Ich glaube, ich bin eh der Älteste gerade in der Runde, oder? Weißt du, wie alt Odin ist? Ich wollte gerade sagen, Odin kannst du schnallen, knicken. Das ist, äh... Das schnallen? Das könnte mein Sohn sein. Oh, jetzt fang mal an zu übertreiben, ja. Was? Wenn das angefangen hätte... Ihr könntet fast alle meine Väter oder Mütter sein. Biologisch 10. Hey, äh, ich nicht. Ich hätte mit 19... Oh, oh, Max, jetzt... So alt bin ich doch noch gar nicht. Jetzt hast du aber richtig gerade verkackt. Auch nicht fast. Auch wenn Paula früher angefangen hätte. Er ist... Oh, ja. Nein. Also, wie gesagt, ich hätte nur noch mal zu früh angefangen mit 19. Wäre das dann gewesen. Und wie alt ist er jetzt? 16. 16 geworden. 16. Ja, ich bin neun Jahre älter. Hier, sogar 10. 10. Ich bin ja 10 Jahre älter. Oh, was? Also mit 10 hättest du schon ein Kind kriegen können. Hast du denn? Wie ist denn das Passwort? 08. 08. 08, wie immer. Also, ich bin 22. Bei mir könnte das nicht sein. Haha, jetzt fang ich schneller als du. Entschuldig. Schnitzel? Ja. Wir sehen uns vor in TTT. Jetzt wird Schnitzel nur noch. Dann kommt das Baby oder nicht? Ah, so. Tüte. Hast du den Server schon gewechselt? Wir sehen uns doch im TTT. Ja, ich wechsle gleich mal den Server. Ach, das sind ja 10 bei so wenigen Leuten gerade. Ach, ich finde halt manchmal sogar mit drei Leuten ganz lustig. Hat Lucy TTT? Mindestens vier Leuten bei TTT. Oh, Mann. Pitter, alle Abstauber, weißt du? Weil bei vier Leuten ist es wirklich nur ein Traitor. Und da wird es echt undurchsichtig. Ich will TTT. Tschüss. Oh, dieses Gelache. Das geht mir auch so offen. Was willst du denn? Ich habe es geahnt, dass schon wieder einer hinter mir ist. Das war mir so klar. Und das Pit ist, war mir erst recht klar. Der Pit kommt immer von hinten. Yeah. Entschuldigung. Ja, heute ist es auch ein bisschen tiefer, stimme ich es gerade weg. Oh, das tut aber leid. Oh, hat die Sitz. Ja. Aha, da hat jemand vorbeigeschauen. Oh, ich habe dich aber trotzdem neu erwischt. Immerhin. Riesst dich auch. Ja, ich weiß. Mist. Jetzt ist die Stimme ganz weg. Ich wusste, dass du dick geholt. Ja, du guck das. Nein. Shit. Du wusstest nicht mehr die Nahkampftaste. Sitze, jetzt bist du fertig in TTT. Ich mache dich jede Runde aufhängen, das glaub mir mal. Nein. Nein. Doch. Oh. Also, ich glaube, wir sind uns einig, dass wir wechseln. Obwohl, wie viele Leute sind wir denn inzwischen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Leute. Udi nüsst erbar abziehen. Ah, nur weil er ins Bett muss. Ausreden hatte ich in deinem Alter auch noch. Und dann? Ein Ohr nach zwei. Ja, ich meine gut, ich hab ja sturmfreie Bude, aber mir kriegt's keiner mit. Das ist so. Noch besser. Du hast sturmfreie Bude mitten in der Woche. Mitten in der Woche? Am Sonntag. Ja, ist noch mitten in der Woche. Oh, aber jetzt. Oh. Also, Stützl. Heute ist Badetag. Hä? Nein? Mhm. Was heißt? Badetag? Heute ist Badetag. Das schmeißt sich Max immer noch in die Wanne. Schön hinter den Ohren, ne? Und so. Mhm. Mit der Drahtbürste. Holy! Ja! Meist, Stützl. Sack. Was ist Badetag? Alles was? Oh, shit. Mist. Mir ist grad was umgefallen. Ui. Katze. Ich dachte mir grad schon, weil normalerweise hast du das Messer bisher schneller in der Hand. Das heißt schon vorhin nichts. Ah. Und jetzt geht's ja wieder. Mhm. Kröcke, du! Chris. Ja, du hast richtig gesehen, Chris. Das war gerade ein Leck. Er leckt. Keine Ahnung, die Leitung ist im Moment in Subsequenz, das habe ich das Gefühl. Haha, habt ihr dich gesehen? Ja, ich habe auch schon die Masche. Gott sei Dank. Pit, lass die Maus ganz. Gewalt ist keine Lösung, Pit. Halt die Klappe. Boah, was ist denn los mit dir? Gar nichts, ich bin gerade am Verlierer. Das war ein Fell. Und dann lässt es an mir aus. Genau. Du kriegst doch noch der Pit weg. Was? Von hinten, du Sau. Nein, Mann, bin ich doof. Ja. Das soll der Ditte heißen. Oh, nein, Alter. Das ist mir gerade so angefallen. Er will hier nur den Badetag versauen. Ja. Hat er schon gemacht, weil er mich zur Botte Box angestiftet hat. Moment, boop, 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 boop. Bop, boop, 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 boop. Pappala, papp. Angestiftet haben wir ihn, glaube ich, damals. ja mich hat er gerade angestiftet wo kommst du denn jetzt was bist du einmal mit profis wir wollen eine kleine gemütliche runde machen wollen wir sie aufnehmen dabei und der stream noch fein schön dass ich das alles auf band habe herrlich mir ist das mal nicht passiert ich hatte aber die ganze zeit schwarzbild schwarzbild ach du hattest obs und da ist es nicht drin quasi ja ich hatte noch keine fensteraufnahmen reingemacht gerade hier wo ist mein banner aufploppen ja und da wir schauen zu ich muss mal kurz mein chat klären den hatte ich auch nicht auf hallo da haben wir oh what the box an mir ist gerade das gleiche passiert wie dir paula vorhin als du auf mich geschossen ist weil das liegt an dem absatz wenn du einen blöden absatz stehst dann ja und wundervolle aus der bezeichnung fail wäre es jetzt bei mir im stream ja bei mir auch das ist total fail was heißt bei dir auch hast du es mittlerweile drin max ja ich hab's auch ja ich schalte doch jetzt nicht ab sagen jetzt bist du drin da kannst du die paar minuten dann auch noch laufen lassen so ist es wundert mich nur dass doch keiner nachgezogen ist nachdem das passwort ja wir können manchmal nicht bis drei zählen das war schon die zwei ich habe mich schon wieder verbessert um einen platz so viele leute können noch nachschauen was mir das jetzt bekannt war so